Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 4. Wir sind wieder zurück mit unserer guten Jägerin, mein Name ist Malek. Und falls du natürlich den Kanal nicht abonniert hast, dann lass doch sehr sehr gerne ein Abo da. Und ein Like natürlich würde ich mich mega freuen, kostet euch natürlich gar nichts. Also für die Leute, die jetzt hier gerade neu eingeschaltet haben oder so. Und noch eine andere Sache, ich bin hier gerade diesen Weg gegangen und ich habe auf der Map gesehen, das wollte ich euch mal kurz zeigen, hier gibt es eine neue Dungeon namens Lichtwach. Und in der letzten Folge haben wir auch eine Dungeon gemacht und irgendwie fand ich das so geil, dass ich noch eine Dungeon mache für euch, die Freunde. Also wenn ihr nichts dagegen habt, let's go. Ich wollte eigentlich mit der Hauptquest, Alter, machen, aber nee, nix da. Warum soll ich die Hauptquest, Alter, machen? Lieber eine Dungeon? Äh, ist cool. Ist cool. Hat mir auch ultra gefallen. Da ist das Positive an diesem Spiel, weil es so ultra geil ist. Einfach von der Distanz so angreifen, schadet natürlich nicht. Oh, die halten aber viel aus, die Waldwesen. Digger. Wartet mal. Okay. Wir haben auch mittlerweile, wir haben, ich habe das so krass geskillt, also auch unsere Armbrust, beziehungsweise unsere Waffen und so. Wir sind schon, wir sind eigentlich ganz gut dabei, würde ich sagen. Ein bisschen schneller könnte die Armbrust ja schon schießen, aber das tut nicht so Sache. So Herzsucher ist schon krass gut. Wenn wir den gut skillen, dann brauchen wir uns keinen Kopf machen. Auch nicht im Nahkampf oder so. Okay. Okay. Schon richtig geil gemacht, wie muss ich sagen, Freunde, ehrlich. So einfach von Ferne, einfach angreifen, es passiert nichts. Ultra geil. Also gefühlt passiert eigentlich nichts, oder soll zumindest nichts passieren. Zack, 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 zack. Hier oben haben wir auch noch Gegner, einiger Bambam hier. Oh, rein da. Geil, wann? So geil dieses Spiel, ehrlich. Übrigens, was ich auch noch sagen wollte, wenn ihr irgendwie Tipps, Erfahrungen habt oder so, wo ihr sagt, Melek, das musst du unbedingt ausprobieren oder so, dann, ja, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Also, da bin ich wirklich offen. So, die Dungeon ist hier. Da muss man rein, Leute. Die Lichtwacht. Bin mal gespannt. Die Lichtwacht. Ja, schnell reisen und so, freischalten müssen wir auch noch, habe ich gerade als Info gelesen. So, so, so. Oh, krass. Ist das eine Burg oder so? Yo. Eine Burg. Oder so ein Schriesenschloss. Sieht auch fett aus. Na gut, ich glaube nicht so, ich glaube nicht so starke Gegner, oder? Ich glaube nicht, dass hier so starke Gegner sind. Es wird easy going, glaube ich. Glaube ich. Am besten einfach durch, kommt alle drauf. Okay, der Typ ist ein bisschen geistekrank. Bisschen verrückt, der Typ, aber egal. Okay, das könnte vielleicht doch ein bisschen eng werden, muss ich auffassen. Was machen die hier? Ich frag mich ja echt. Die Brandstifter können einfach, glaube ich, unter den Boden oder so. Sind auch krass. Ich brauche auf jeden Fall neue Waffen, ne? In Nahkampf brauche ich auf jeden Fall neue Waffen. Oh, toll. Kack, Kackfalle. Ich glaub, wenn ich gleich skillen kann, werde ich bestimmt... Also ich werde auf jeden Fall Klingenskillen. Also wie nennt sich der Skill? Gleitklinge werde ich auf jeden Fall... Oh, Wichtelbach. Was ist das? Was ist das? The Knights marched to call Valar. Before I were two years older, I'd have passed my trials and I'd be marching with them. Instead I stay. The Skeleton crew will guard the fort until the Knights can return. You'd be proud. No more polishing shields for me. They gave me a sword. No doubt you will ever stand. I'll ride soon. Was war denn das jetzt für ein Angriff? Wir müssen echt ins Innere des Schlosses lieber. Können wir besser sehen. Also manche Skills verstehe ich tatsächlich nicht so. Oha, sind ein bisschen viele drin. Herumtreiber-Stiefel. Digga, was für Namen die Stiefel teilweise haben. Das ist immer so witzig, ne? Herumtreiber-Stiefel. Okay, brauche ich auch nicht nehmen. Hat zu wenig Verteidigung. Einfach durch, ganz ehrlich. Wir versuchen alles irgendwie aufzunehmen, was es gibt. Damit wir nichts verpassen oder so. Ich muss auch sagen, an dieser Stelle, ich bin auch gar kein... Habe ich auch immer gesagt, sage ich jedes Mal bei jedem Let's Play, sage ich das. Ich bin noch nie so ein großer Achievement Hunter gewesen. Also, wenn ich coole Waffen habe und so, bin ich natürlich happy und so, aber... Oha, wer ist der denn? Brandfackel, der Verrückte. Noll. Wie fällt der aus? Ja, okay. Ein superstarker. Autsch. Noll. So, wir haben eine neue Hose. Die hat bestimmt safe mehr... Oh, ich wollte schon sagen. Die hat auf jeden Fall mehr Verteidigung. Geil, ehrlich, geil. Jägerin ist so geil, ne? Wartet mal, war es das? Digga, tötet die Wachmänner. Wo bin ich denn jetzt alles gewesen? Okay, hier bin ich durch. Da muss ich hoch. Krass. Hätte ich nie gedacht. Okay. Okay, für diese Tür wird ein Schlüssel benötigt. Oder Tür nennt sich das. Ist doch ein Schloss. Beziehungsweise, äh, Tor. Stand da auch. Ich hab falsch gelesen. Krass, jetzt bin ich schon wieder Level up. So, Freunde. Ich werd hier auf jeden Fall diese Skill noch... Ja, Gleitklinge. 100%, egal was ist. Und dann, ähm... Also, jetzt sind wir schon mal sehr, sehr weit, was das angeht, ne? Müssten wir einfach sagen. Also, jetzt sind wir schon mal sehr weit. Und dann kann ich immer noch andere Skills skillen. Wisst ihr, wie ich mein? Sicher ist sicher. Weil die Leute hier, die sind hier alle übel auf Nahkampf. Guck dir den mal an. Ähm, Wachmann. Oha, wir haben richtig krasse Stiefel, glaube ich, gefunden, gerade. Anführerin der Wachleute. Oha, was bist du für eine? Teleporter, vampirisch. So, jetzt haben wir auch wieder. Herumtreiber-Stiefel, Digga. Okay. Das ist heftig. 72 Rüstung. 72 Rüstung. Verlorener Hescher. Drei Willenskraft, zwei alle Werte, plus vier Intelligenz. Geschicklichkeit. Maximale Ladung verändern. Zwei alle Werte, das ist natürlich besser. Neh, mich. Boah, krass. Guckt euch mal das an. Seht auch krass aus. Zwei zu allen Werten. Was meint ihr, was das bedeutet? Das ist schon richtig gut eigentlich. Die sind hartnäckig, ne? Die fliegt, ne? Jetzt mal ehrlich. Die sind wirklich hartnäckig. Da, hier. Plus 30 mehr Rüstung. Zack, nehme ich auch. Und wieder eine neue Rüstung. Egal, was ist. Jede neue Rüstung nehme ich ja sehr, sehr gerne an, natürlich. Haben wir noch was? Hier. Isolierte Herumtreiberhaube nehme ich natürlich auch. Jetzt sieht unsere Charaktere ein bisschen anders aus. Krass, krass, krass. Die Skins sind richtig gut in dem Spiel. Nicht wie bei... Guckt mal. Ich will euch mal was sagen noch. Wisst ihr, welche Rüstungen... Also so Skins und so ich nie immer so gut fand bei The Witcher. Da sehen die Rüstungen so dermaßen beschissen aus. Also fast alle. Ich finde, die sehen einfach kacke aus. Das ist ja eine Geschmacksache. Das weiß ich auch. Aber trotzdem... Viele davon sehen einfach kacke aus, finde ich. Oha, wie viel Schaden machen die bitte? Der Zünder macht viel Schaden, glaube ich. Ich brauche auch jedenfalls einen Schlüssel. Ah, ich habe den Schlüssel sogar schon gefunden. Das ist auch gut. So, dann würde ich mal sagen, rüber. Oh, hier noch geht man. Diablo ist ein geiles Spiel. Sag, was du willst. Sag, was du wollt. Falls ihr einer anderen Meinung seid. Wenn ihr das Game kacke findet, dann... Dann würde ich mich wundern, wenn das Game kacke findet. Natürlich Geschmackssache, weiß ich auch. Aber trotzdem... Das würde mich echt wundern, wenn ihr... Also, wenn einer von euch sagt, Diablo ist kacke. Also, Respekt. Also, dann müsst ihr echt mumm haben, das zu sagen. Also, das Game ist... Ich weiß, das ist Geschmackssache. Nicht jeder macht Diablo und so. Aber trotzdem... Oha. Gehen hier ab. Falle oder was? Oh, oh. Irgend ein super starker ist auf jeden Fall hier. Ganz sicher. Oh, neues Kurzschwert. Plus 16 Schaden. Ja, nehme ich doch gerne. Ja. Das ist jetzt gar nichts. Hier sind Tricht... Uh. Alles klar. Dann lass mal den... Alles klar. Dann lass mal den Spaß beginnen. Okay, das ist übel jetzt hier. Du musst aufpassen. Ich muss sofort den Rest aufnehmen. Zack, 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 zack. Oha, ich sterbe gleich. Digga. Ich sterbe sonst. Wow. Wartet mal. Davon muss ich ein Foto machen. Shit. Ah, kacke. Davon konnte ich jetzt kein Foto machen. Mist auch. Ich wollte ein Foto machen, ging aber nicht. Da stand gerade was mit Champion. Das wollte ich einem Freund schicken, aber... Junge, das ist schon geil gemacht. Sei mal ehrlich. Hier, Blutbad, hier. Alles leichenvoll. Krass. Das wird bestimmt Subnail hier. Krass. Geil. Wirklich geil. So. Hier ist, glaube ich, ein... Da ist noch ein Gegner. Schreien der Gier. Okay, Hallöchen. Leute, es geht hier weiter. Stiefelmesser. Uiuiui. Dungeon gibt einfach... Es ist so geil zum Level, ne? Dungeon ist wirklich geil zum Level, Freunde. Digger. Fangsturm. Oha. Alles klar, alles klar. Ich muss hier aber eigentlich weg. Okay, ist ein Superstärker. Handschuhe des Zirkels. Nehme ich doch gerne auf. Wie die immer so ballen, ne? Das ist immer so krass. Ja, klar. Nehme ich doch gerne. Und wir haben neue Handschuhe, Freunde. Dankeschön. Dieses... Guckt mal. Das ist der Grund, warum ich gerne so Dungeon mache. Das ist der Grund, warum ich gerne Dungeon mache. Ihr hört so geile Items teilweise, findet ihr. Das ist doch herbekrank. Jetzt mal ehrlich. Die Dungeon, also... Das, was ihr da freischaltet, das ist doch verrückt. Fledermaus gibt's hier auch. Heftig. Ich glaube, irgendwo sollte ich echt am Ende kommen, hier. Es sind auf jeden Fall noch einige Feinde. Hi, Ghoul-Diener. Zerspitzelter Fangsturm. Ich hole es mir natürlich auf. Digga, was war denn das? Wurde gerade einfach gestackt. Einfaches Großschwert. Brauche ich eigentlich nicht. Felsstiefel. Okay, hier ist ein Superboss drin. Bin ich mir eigentlich ganz sicher. Also da in dem Raum. Ganz ehrlich, hier ist ein Superboss drin. Hi. Okay, doch nicht. Ich dachte, hier wäre ein Superboss drin. Ich dachte, hier wäre ein Superboss drin. Scheinbar nicht. Ey, das geht ja hier sogar weiter. Das ist doch krass. Ein wichtiger Gegenstand fehlt. Sockel des entscheidenden Streins. Okay. Wohin soll das denn führen, Digga? Heilbrunnen. Ja, nehme ich noch nicht. Ich gehe mal hier lang. Okay. Okay, das wird jetzt echt verrückter hier. Das ist ja riesig. Kriegst du mal des Lichts? Okay. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal loslegen. Komm einfach drauf. Okay, der Typ ist... Alter. Bitte hol jetzt nicht noch Gegner. Der Typ ist stark. Oh mein Gott. Der Typ ist... Ich sterbe bei dem Safe. Ich habe echt... Nein. Nein, Mann. Nein. 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 Ich brauche... Wieso droppen die nichts? Die droppen nichts. Ich muss die ganze Zeit drauf. Digga, ich sterbe gleich. Ohne Witz jetzt. Ja, ich habe einen Trank gefunden. Nein. Spring. Spring doch. Ich sterbe. Ich schwöre, ich sterbe, Mann. Ohne Witz jetzt. Oh mein Gott. Drauf. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Alter. Der Speicher kommt wieder belegen. Oh mein Gott. Der war richtig stark. Ich weiß nicht, wie viel der noch hat. Ich weiß auch nicht, ob der sich regeneriert. Toll. Neuer Bosskampf. Alles klar. Ich greife jetzt die ganze Zeit an. Ich glaube, ich habe eine Idee, Leute. Ich glaube, ich weiß, wie ich den vielleicht killen kann. Der macht halt so Ausraster-Moves. Vielleicht kriege ich den doch noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich brauche mehr Zeit. Digga, ich mache mehr mit der Ambrust-Schaden. Digga, Digga. Log, greif doch an. Ich habe ihn, guys. Wow. Der war richtig übel. Portal abgeschlossen. Die Lichtwacht. Boah. Hier, ich habe ein neues Messer bekommen. Hier. 1,20 Angriffe pro Sekunde. Sehr schnelle Waffe. Geisteskrank. Was hat der noch gedroppt? Ja, nicht so viel. Ein paar. Der war krank jetzt. Ohne Scheiß. Ey, hätte ich nicht die... Hätte ich... Guck mal. Das ist jetzt das Paradebeispiel dafür. Hätte ich nicht so geskillt, hätte ich das niemals geschafft. Hätte ich das niemals geschafft. Ich sage euch das so. Ich habe das nie geschafft. Hätte ich das nie geschafft. Das ist so krass, ne? Die Gegner an sich gehen. Aber der Typ war echt geisteskrank stark. Alter Schwede. Also wirklich, der war übelstark. Ich habe... Ja. Das ist krass. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt müssen wir wieder zurück eigentlich. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Wie kann ich zur Hölle zurück teleportieren? Das muss doch hier irgendwo stehen. Zurück teleportieren. Steht doch hier irgendwo. Stadtportal. Teleportiert euch in die Stadt doch hier. Meine Güte. Könnte ich eigentlich machen. Ich brauche mehr Zeit. Mach ich jetzt auch. Komm. Einfach zurück. Heftig geil. Das ist so krass, dieses Spiel, ne? Ohne Scheiß. Die Dungeons sind teilweise richtig krass. Ich hätte... Also ich sage es mal so. Ich hätte... Beim ersten Mal auch nicht sterben müssen. Ich bin weniger ausgewicht. Ich hätte ein bisschen mehr taktisch spielen sollen. Das habe ich einfach nicht gemacht. Hier. Wir verkaufen alles natürlich. Well struck. Hier. Grundlagen ist einfaches Großschwert und so. So. Wie viel Haltbarkeit habe ich hier von meinem Leben? Hier 90 von 100 und so. Ja, das geht doch voll klar. Ich werde das jetzt auch nicht direkt reparieren. Also ich meine, so pingelig bin ich mir auch gar nicht. Warte mal. Ich kann doch eigentlich sofort reparieren, oder? Oh, wildes Lederwarm. Muss ich mir holen. Kauf ich mir. Zack. Und dann verkaufe ich hier meine eigene Tunika. Ja, jetzt haben wir auch wieder eine neue. Krass. Sieht so heftig geil aus, dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel, ehrlich. So, Moment. So, wir müssen eigentlich hier rüber. Das ist die Hauptquest. Und die mache ich als nächstes weiter. Ich interagiere kurz. Und direkt rüber. So, geil, ne? Ich bin, ich weiß, ich will mal, ich will nicht wissen, wie geil Totenbeschwörer und so ist. Und Droide und so. Ich glaube, das ist auch nochmal richtig geil. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt hier. Dieser Superwolf war heftig, wirklich. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, ciao. Euer Melek. Abo und Like nicht vergessen. Und mehr kann ich nicht sagen. Wieder richtig cool, oder? Ich bin, 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 ich bin. Bis zum nächsten Mal.